so viele grüße aus dem wald ich zeig dir jetzt mal wie wir unsere dummies bauen völlig einfach dazu brauchst du eine säge und ein ass hier ist unser stück holz ich kippe hier oben noch einen schlitz rein hier kann man sehen da haben wir so ein schlitz reingemacht und da reinkommt ist durch stoff also wie man sieht weiß ob man das erkennt jetzt dieses dunkle ist ein geruchstoff also wir gehen spazieren während spaziergang jetzt hier am anfang verstecke ich das direkt und am rückweg lassen wir die emmy das mal suchen schauen wir mal wenn es zurückkommen lässt die emmy genau da suchen schauen ob das klappt bis gleich die kamera sieht da ist schief hier ich habe ihn hier hingestellt voll oder mal du hast also hier ist ein ass dass du das kennst ich gebe dir jetzt was zu trinken und hey geh weg du räuber ah 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 ist die weg rundlau das wird die äh schädig beißen fin weiter riesig bis 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 so gefunden haben wir eben gemacht sie ist komplett einfach der hund muss nur verstehen was es bedeutet zu suchen mehr ist es nicht also hier hier wo mein finger ist genau